Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Minecraft Pocket Edition. Ja, was machen wir in diesem Part? Ich habe keine Ahnung, was wir in diesem Part machen. Ich muss erstmal überlegen, ich habe echt keinen Gedanken mehr gemacht. Was soll ich denn machen? Obwohl, ich habe schon, ich habe schon was. Oder, ah, nee, oder? Ich weiß nicht. So, zack, raus aus unserem unterirdischen Haus. Hey, warum funktioniert das denn nicht mehr so zum Hitzen nutzen? Alter, ich komme nicht mehr raus. Warte, willst du mich netzen? Zack. Alter. Leute. Ihr wisst gerade nicht. Habe ich nicht einmal gemacht? Jetzt fähre ich wohl schon hier rauszukommen oder was? Ich habe echt keinen Plan. Ich habe echt keinen Plan. Dass ich das immer mache. Keinen Plan. Alter. Jetzt fähre ich. Jetzt fähre ich. Jetzt fähre ich ernsthaft. Das ist kein Plan. Was ist denn da drin? gut gut wir machen das jetzt noch so machen wir jetzt mal einen Dach drüber nein auch mal mehr so schnell geht doch doch mal da rein mit mir oder was deswegen schlafen so zack dann unser gemächt das ist 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 die das ist die das ist das ist er ist er ist der die er er legt inte Warum leckt das denn nur so, das nervt mich jetzt schon, kotzt mich jetzt schon wieder angefordert vor die Leckung. So. Jetzt leuchtet ja meine Eltern in die Labern drüber halt. So. 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 tut mir leid tut mir leid oder ich gerade nichts zu tun habe ich bin halt überlegen was ich jetzt mache und ich sage mal dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage hallo don't take a clue